FBS, du bist echt der Hit, wie sie schreiben, rechnen werden, wie ihr schon so schritt. FBS, du bist echt der Hit, kein Dank, das ist das Name, wir nehmen euch an den Hit. Coole Schule, das ist die neue Schulhymne der Friedrich-Ebert-Grundschule in Frankenthal. Und wurde heute von Kindern der dritten und vierten Klasse bei 33 Grad auf dem Kinderstrohutfest in Frankenthal vorgetragen. Unsere Schule ist was die Coole, Käferin, bis wir uns gewählt, hier kann jeder sein, hier will, wir wollen uns sagen, wir sollen nicht bitte still. Geschrieben und komponiert hat die Hymne der Musiker Christian Schatka. Und hat mit den Schülern, die alle ihre Instrumente vorher noch nie in der Hand hatten, seit August 2018 jeden Mittwoch im Rahmen des AG-Angebots der Schule geprobt. Und den Schülern hat es richtig Spaß gemacht. Am Anfang war das irgendwie aufregend, dann mitten im Lied war das eigentlich einfach normal wie eine normale Probe. Ich habe am schönsten gefunden, dass wir viel Spaß hatten, also wir alle zusammen. Dass Kinder für eine Schule, dann auch Kinder für eine Schule eine Hymne machen, finde ich halt schon cool. Sag du da, wie geht's dir denn so? Hey, ihr da, seid ihr alle froh? Sag du da, wie geht's dir denn so? Hey, ihr da, seid ihr alle froh? Eine coole Hymne, vorgetragen von besonders coolen Schülern. The Hips, die neue Band der Grundschule Friedrich-Eber-Grundschule in Frankenthal. Das habt ihr gut gemacht. Super. Vielen Dank. Vielen Dank.